Du wirfst eine Münze dreimal, mögliche Ergebnisse sind Kopf oder Zahl. A, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dreimal dasselbe Ergebnis herauskommt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau einmal Zahl geworfen wird? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal Zahl geworfen wird? Man wirft eine Münze dreimal, man wirft eine Münze dreimal, kann Kopf oder Zahl kommen logischerweise bei einer Münze. So, und jetzt die Aufgabe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dreimal dasselbe Ergebnis herauskommt? Wie kann man an diese Aufgabe ranmachen? Und mein Tipp an die Studis war immer, versucht euch eine Skizze zu machen, ein Bild, an dem ihr sozusagen die Lösung ablesen könnt. Wie könnte so ein Bild aussehen? Wisst ihr das? Wer weiß es? Müsste Laplace sein, wenn die Münze nicht verbeult ist. Ja, also wir gehen von einer nicht verbeulten Münze aus. Sehr richtig, genau. Genau, das heißt Laplace, die Anzahl der günstigen Ereignisse durch die Anzahl der möglichen. Ein Baumdiagramm, so ist es halt man formell. Genau, lassen Sie mal ein Baumdiagramm machen. Sehr schön. Genau, wir werfen dreimal, ne, wir werfen dreimal, also, ähm, ups, vertippt, so, wir werfen dreimal. So, Kopf oder Zahl. So, jetzt werfen wir, das war zum ersten Mal. Beim ersten Mal kann Kopf oder Zahl kommen, beim zweiten Mal kann auch Kopf oder Zahl kommen, Kopf oder Zahl. Und beim dritten Mal auch Kopf oder Zahl, Kopf oder Zahl, Kopf oder Zahl und Kopf oder Zahl. So, wo kommt jetzt hier dreimal das gleiche Ergebnis raus? Also erstmal sieht man, es gibt acht verschiedene Möglichkeiten insgesamt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Möglichkeiten, zweimal, 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 zweimal. So, jetzt wollen wir wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dreimal das gleiche Ergebnis rauskommt? Was muss man da machen? Welche Äste sind denn die, die uns in diesem Fall interessieren? Wer weiß es? KKK und ZZZ, genau, ihr beiden habt recht. KKK und ZZZ, dann markieren wir die mal, ne? Mit blau vielleicht mal dieser Ast hier und dieser Ast. So, das heißt, wenn wir mit Laplace vorgehen, habt ihr ja vorhin vorgeschlagen, genau. Wir haben zwei von acht Ästen, das sind sozusagen diejenigen, die die Bedingung erfüllen. Dreimal das gleiche Ergebnis. Zwei von acht Ästen, also zwei Achte. Ja, okay, KKK sollte man, das ist ja auch eine Abkürzung für den Ku Klux Klan, fühlt man sich seltsam, wenn man das schreibt, genau. Ist natürlich nicht so gemeint, sondern das ist Kopf, 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 genau. Erste Pfadregel anwenden. Was ist denn die erste, also Summen- oder Produktregel gibt es, ne? Ja, so könnte man natürlich auch hier rüber machen. Ja, genau. Summenregel, genau, ein Achtel plus ein Achtel könnte man sagen, ja? So könnte man auch aufs Ergebnis kommen. So, B. Was war B? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau einmal Zahl geworfen wird? Ja, können wir uns ja auch markieren, genau einmal Zahl. Gucken, wie viele Äste sind das? Also hier wird genau einmal Zahl geworfen. Hier wird genau einmal Zahl geworfen. Und hier. Und das war's, oder? In der Chemie ist KKK Kälte, Katalysator, Kern, als Regel bei Aromaten. Ah, okay, das wusste ich nicht. Sehr gut, dass wir hier so interdisziplinär zusammengesetzt sind. Wunderbar, da lernt man immer ganz viel. Heute hatten wir schon Geschichte und Chemie. Okay, gibt also drei, drei und jetzt nehmen wir wieder die Summenregel. Und dann ein Achtel plus ein Achtel plus ein Achtel. Oder man sieht, es sind drei Fälle von acht, die auf die Situation zutreffen. Insofern drei Achtel. So, und Aufgabe C. Wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben in den Chat. Dafür ist er da. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal Zahl geworfen wird? Wie kann man das sehr einfach ausrechnen? Dass mindestens einmal Zahl geworfen wird? Mindestens ist so ein Signalwort, das einen auf etwas stupsen soll. Wer weiß es? Das Gegenereignis, Valencia, genau richtig, das Gegenereignis. Alles außer KKK, genau. Also mindestens einmal Zahl. Das Gegenereignis ist, es wird keinmal Zahl geworfen. Die Wahrscheinlichkeit ist ein Achtel. KKK, Kopf, Kopf, Kopf. Also 1 minus 1 Achtel ist gleich 7 Achtel. So, okay. Genau. So, auch die Aufgabe erfolgreich gelöst. Gut. Let's do it. Okay. So, okay.